Seit dem 26. März 2015 werden bei Luftangriffen im Jemen ohne Vorwarnung auch Häuser, Schulen und Spitäler zerstört, oft mit in Europa und Amerika hergestellten Bomben. Doch dieser noch immer andauernde Konflikt verschwindet zunehmend aus dem Schweizer Bewusstsein. Er wird zu einem vergessenen Krieg. Gleichzeitig werden jeden Februar mitten im Frieden in der Schweiz die Alarmsirenen getestet, obwohl wir seit 1847 keinen Krieg mehr auf Schweizer Boden hatten. Um der Schweiz den vergessenen Krieg im Jemen wieder ins Bewusstsein zu bringen, stellen wir zusammen mit Radio 24 dieses Jahr während des Tests den Ernstfall nach. Im Anschluss eine Sondersendung über den vergessenen Krieg im Jemen, in der wir aufklären und informieren. Hier mögen die Sirenen nur ein Test sein. Im Jemen fallen ohne Vorwarnung Bomben auf Schulen, Spitäler und Häuser. Wir von Amnesty International engagieren uns für die Menschenrechte und den Stopp von Waffenlieferungen für den Krieg im Jemen. Unterstützen auch Sie uns beim Schutz der Zivilbevölkerung unter amnesty.ca. slash alarm slash alarm